Latisse, Jones, Tironi. Nach meiner Stopp-Uhr fährt Latisse vom Tate-Tempo, aber Jones wird immer schneller. Angriff von Jones und an Lafitte vorbei. Im letzten Augenblick hat Lafitte den Ligier noch nach links hinübergezogen und damit eine durchaus mögliche oder drohende Kollision vermieden. Notieren wir Führungswechsel in der 35. Runde. Anbremsen der Schikane, Bremspunkt 100 Meter. Innen ist Jones, außen Lafitte. Ja, und im Gegensatz zu Robert Rico Ramos, vor einem Monat hat jetzt keine Kollision mit Lafitte gegeben. Sie erinnern sich vielleicht, wie Lotta Lafitte heute war? Na ja, damit führt Alan Jones, wie schon in Spanien, im Grand Prix von Frankreich.